Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde des modernen Lebens, zu einem weiteren kleinen Video von mir für euch. Nun, was konnte ich euch nicht schon alles präsentieren? Ein Jahr voll mit all dem, was mir zwischen die Finger, vor die Augen und in die Ohren gekommen ist. Ein bisschen wehleidiges Jammern über all das, was mir im Laufe des letzten Jahres dann doch irgendwie verwehrt geblieben ist. Und ein enthusiastischer Ausblick, was noch alles so auf uns zukommt und worauf ich mich freue, wäre jetzt also der perfekte Abschluss dafür. Also eine Trilogie, welche ich mir besser nicht ausdenken könnte. Naja, okay. Gut, dass Samsung hier weder für die Regie noch fürs Marketing zuständig wäre. Ansonsten wäre dieses kleine Projekt wahrscheinlich, äh, genauso teuer wie die überlegene Konkurrenz. Präsentiert mit einer spontan visuellen Qualität, die schlechter ist als das, was man sonst so gewohnt ist. Und bis zum Rand gefüllt mit Spott und Häme für mein ganzes umliegendes Umfeld. Für irgendwelche pseudorealistischen Verbrechen, die ich in wenigen Tagen selbst begehen werde. Ach ja, und vergiss nicht, dass das Ladegerät fehlen würde. Boah. Aus technischer Sicht war 2020 einfach der Hammer. Egal was es war. Tablets, Smart Home Accessories, Smart Speaker, äh, Grafikkarten, Prozessoren, Elektroautos. Egal wie klein und egal wie mikrokosmosartig die Nische war. Alles und wirklich alles hat eine kleine Renaissance erlebt. Und auch wenn ich immer noch der Meinung bin, dass die aktuellen Smartphones leistungstechnisch ihrer Zeit viele, viele Schritte voraus sind, sind die meisten oder zumindest manche in ihrer aktuellsten Inkarnation nochmal bedeutend schöner geworden. Vorausgesetzt, man kann sie nicht falten. Und natürlich war wichtig für mich, was für Schritte irgendwelche Technik-Gadgets oder irgendwelche Produkte im Laufe des letzten Jahres gemacht haben. Aber was noch viel wichtiger für mich hier und jetzt gerade ist, ist was noch nötig wäre, um diesen Schritt nochmal alt aussehen zu lassen. Und, etwas bewusst, lasse ich die Smartphones hier ein kleines bisschen außerhalb der Perspektive. Denn, ja, ich gebe zu, wahrscheinlich werde ich wieder super excited sein, wenn das neue iPhone um die Ecke kommt. Aber unterm Strich fällt mir einfach nichts ein, wie mich ein Smartphone gerade so richtig rocken könnte. Aber, bevor ich so richtig loslege, habt ihr eigentlich irgendetwas, was euch so richtig fasziniert, worauf ihr euch freut, dann pausiert doch jetzt und genau jetzt das Video und schreibt einen Kommentar irgendwo da unten in die Kommentarsektion und schaut am Ende des Videos, ob wir vielleicht sogar die gleichen Sachen haben, auf die wir uns freuen und für die wir uns interessieren. Ich warte so lange. So, bin wieder da. Kommentar geschrieben? Perfekt. Kommen wir nun endlich, voller Erwartung zu meinem ersten Platz, auf meiner Liste für die großen Erwartungen für 2021. Los geht's. Prozessoren und Grafikkarten. Egal was und egal wo, im Prozessorbereich gibt es immer irgendwen, der die Konkurrenz mächtig auf Trab hält. In letzter Zeit zeigt AMD mit seinen Ryzen-Prozessoren mal so richtig, wo man eigentlich so auskommen kann, wenn man nicht nur versucht, seine Prozessoren zu hochgezüchteten Toastern weiterzuentwickeln. Und nicht im Letzten wird langsam schlagartig bewusst, dass die Luft langsam ganz schön dünn oder ganz schön heiß für den ehemaligen Prozessor Primus wird. Und heiß ist hier wirklich der Begriff, denn ich spreche aus Erfahrung, denn momentan röstet mir fast täglich ein Intel-Prozessor die Oberschenkel. Und bei den Grafikkarten ist das Bild vielleicht ähnlich, wenn auch nicht ganz so gespreizt. Nichtsdestotrotz hat Nvidia mit seiner 3000er RTX-Serie doch schon irgendwie allen gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Aber ich habe das Gefühl, AMD könnte hier vielleicht mit einer kleinen Überraschung noch aufschließen. Und spätestens seit dem späten 2020 stellt sich Windows vollkommen zu Recht die Frage, besser ARM dran als ARM ab. Versteht ihr? Wegen ihren letzten Bemühungen, ihr Betriebssystem endlich auch ARM-Prozessor-reif zu machen? Denn ihre letzten Versuche dahingehend sind mindestens genauso schlecht wie dieser Witz gerade eben. Egal. Wo wir aber gerade wirklich bei dem Thema SOCs, also System on a Chip sind, hat Apple mit seinem M1-Prozessor 2020 ja wirklich viele Herzen höher schlagen lassen. Aber seit dem 1. Januar diesen Jahres ist all das kalter Kaffee, also Technik aus dem letzten Jahr. Und jetzt gilt es daran zu gucken, wohin geht die Reise. Schafft es Intel vielleicht doch, den großen Rückstand aufzuholen und endlich konkurrenzfähig zu werden? Oder wechseln sie möglicherweise bald sogar ihren Anwendungsbereich und verkaufen ihre Prozessoren an Schmelzöfen für Wolfram-Wiederaufbereitung? Und dass das Rennen zwischen den Grafikkarten hier ein kleines bisschen enger ist, habe ich ja gerade schon eben erwähnt. Aber sogar ich muss zugeben, dass ich nicht drumherum komme, hier und da immer nochmal irgendwo vollkommen beschämt ein Windows-PC rumstehen zu haben. Bedeutet, ich würde mir wirklich wünschen, dass auch in der Richtung mal ungefähr genauso ein großer Schritt möglich ist, wie bei der M1-Präsentation von Apple. Die Explosion soll auch bitte noch größer sein. Aber bitte nicht in den Temperaturbereichen wie von Intel. Wo wir aber prinzipiell schon wieder beim Star der derzeitigen Kategorie sind. Apple. Denn nach der Vorstellung des M1-Chips kann ich mir nicht vorstellen, wohin die Reise gehen mag. Ist es der M2, ist es der M1X oder ist es eine Kombination aus all dem? Ich habe einfach keine Ahnung. Was aber klar sein sollte, ist, dass sich Apple jetzt auf seinem Ruhm nicht ausruhen sollte. Denn mindestens in dem allerschlechtesten Fall muss Apple seinen Vorsprung halten. Oder wenn nicht, sogar noch ausbauen. Das wäre der beste Fall. Und darüber hinaus, was könnte noch kommen? Ich bin ehrlich, computertechnisch bin ich bei den anderen Herstellern nicht ganz so im Bilde. Aber Apple-technisch hoffe ich da wirklich auf einiges. Zum Beispiel ein Reboot des 16 Zoll MacBook Pros. Das Begraben des 13 Zoll und endlich das Austauschen dessen mit dem 14 Zoll MacBook Pro, was schon wirklich lange gewünscht ist. Und endlich, wirklich endlich einen neuen iMac. Also prinzipiell mehr Leistung als jeder andere Apple Silicon Mac bis dato und das Ganze dann noch gekleidet in einem endlich mal wieder zeitgemäßen Design. Denn, sagen wir mal ehrlich, ein fast 10 Jahre altes Design, verzeih nicht mal ich euch Apple. Platz 2. Kopfhörer. Als Apple mit den AirPods, Macs um die Ecke kam, waren im Prinzip alle ersten Meinungen gleich. Ein Nischenprodukt. Viel schlimmer sogar, ein überteuertes Nischenprodukt. Und nach dem ersten Schreckmoment standen am Ende doch die gleichen Fragen im Raum. Ist es gerechtfertigt? Sind sie vielleicht doch gar nicht so katastrophal überteuert, wie man glaubt? Merkt man den Preis vielleicht irgendwie doch? Gut, letztes ist auf jeden Fall Ansichtssache, aber man muss auch eins sagen. Mit jeder Hörprobe von irgendwem wurde das Lachen ein kleines bisschen leiser. Günstig sind sie nicht, im Preisknall werden sie auch nie sein. Aber vielleicht doch nicht so überteuert, wie viele dachten. Und nun kommt der interessante Punkt wieder ins Spiel. Die Konkurrenz. Denn trotz des Hohnpreises wurden die AirPods Max prinzipiell mit allem verglichen, was YouTubern und möchtigen Audiophilen irgendwie in die Hände gefallen ist. Und ja, der Impact war cool. Und nicht selten waren die AirPods Max in manchen Kategorien besser als die Konkurrenz. Klar, teurer, aber trotzdem besser. Und das lässt auch keiner auf sich sitzen. Was für mich aber hier viel wichtiger ist, was kommt als nächstes und was sind die Strategien von Bose, Sennheiser und Co.? Gleichbleibende Preise, aber trotzdem das Anheben der Qualität? Oder bekommt vielleicht die ein oder andere Produktpalette doch so ein kleines bisschen Zunder durch ein bisschen mehr Luxus? Und für mich ist es hier auch vollkommen egal, was es ist. Ob jetzt Over-Ear oder In-Ear Buds. Ich möchte sehen, was 2021 akustisch so auf uns zukommt. Was mich hier aber am meisten interessiert ist, was passiert mit Beats? Kommt ihr vielleicht doch nochmal in Angriff aus den eigenen Reihen? Oder möchte Apple Beats langsam aber sicher sterben lassen? Denn für mich steht eins fest. Ich möchte wirklich Over-Ear-Headphones mit dem H1-Chip. Ganz egal von wem. Apple, Beats, mir egal. Solange die Qualität stimmt und ich keine 600 Euro ausgeben muss. Platz 3. Neue Wearables. Bevor ich meine allererste Apple Watch gekauft hatte, dachte ich wirklich, ich habe alles, was ich zum Leben brauchte. Und als sie dann um die Ecke kam, wusste ich, diese Einstellung kann sich schnell ändern. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin bereit. Was auch immer als nächstes um die Ecke kommt und mir meinen Alltag erst ein kleines bisschen nördiger und danach viel smarter machen wird, ist mir willkommen. Selbst schnürige Schuhe? Eine Gürtelschnulle, welche in Echtzeit die Blasenkapazität überwacht? Oder vielleicht doch Apple Glass? Im Laufe des letzten Jahres haben sich immer und immer wieder die Gerüchte enthärtet, dass es wirklich so sein könnte, dass die Apple Glass, also die erste Augmented Reality Brille von Apple, den Weg auf den Markt finden wird. Und genauso wie bei der Apple Watch der allerersten Generation, möchte auch ich hier wieder in der allerersten Reihe stehen. Das bedeutet auch, während alle noch mit den Augen rollen und die Meinung vertreten, dass man sowas einfach nicht braucht, möchte ich gemütlich durch mein digitales Interface gucken und schauen, wie so langsam aber sicher die Füße der Konkurrenz ganz schön kalt werden, wenn sie merken, dass eine Augmented Reality Brille auf einmal salonfähig wird. Die Apple Watch war nicht die erste Smartwatch auf dem Markt, aber entlang der heutigen Meinung von vielen Leuten ist es heute die beste. Und HoloLens ist so kurz davor in seinem eigenen Dreck zu frecken, dass es jetzt wirklich mal eine Zeit ist, dass jemand um die Ecke kommt, der es richtig macht. Platz 4. Elektroautos. Der VW ID.3 hat mir im Laufe des letzten Jahres gezeigt, ich bin bereit für ein neues Kfz. Und ich muss auch sagen, ich finde den Bereich der Elektromobilität wirklich spannend. Ein kleines bisschen warten. Der Witz braucht ein bisschen. Dieses Jahr werden sowohl der VW ID.4 als auch der Skoda Enyaq auf den Markt geworfen. Und die Statistiken der letzten Monate haben gezeigt, die Deutschen fangen langsam an umzudenken. Klar, Lobbyismus und altertümliches Denken werden es dem Elektroauto vielleicht sogar unmöglich machen, dem Verbrenner irgendwann mal seinen Rang abzuringen. Aber ich möchte trotzdem Teil davon werden. Und ich bin zudem mega gespannt, was die deutschen Autohersteller denn noch so für Trumpfkarten auf der Hand haben, wenn es mal darum geht, dem aufgeblasenen Amerikaner zu zeigen, dass auch wir mit Strom auf Rädern umgehen können. Platz 5. Überraschungen. Kennt ihr das nicht? Ihr schaut für euch in die vorhersehbare Zukunft und glaubt genau zu wissen, worauf ihr euch eigentlich so freut und dann kommt etwas um die Ecke, womit ihr überhaupt nicht gerechnet habt? Ich möchte dieses Jahr einfach mal eine Überraschung erleben, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und es ist vollkommen egal, was es ist. Ich möchte davon vollkommen aus den Socken geblasen werden. Und wenn es dann wirklich soweit ist, werdet ihr natürlich hier davon hören und sehen. Wie immer ist genau das der beste Moment, um kurz auf den Abo-Button zu drücken. Und den Daumen nach oben. Danke. Aber was sagt ihr dazu? Stimmt ihr mir zu? Bin ich möglicherweise vollkommen auf dem Holzweg? Oder beides? Was habe ich vergessen? Lasst es mich am besten in der Kommentarsektion wissen. Und hat sich irgendwas von dem in dem Video gezeigt, was ihr schon am Anfang geschrieben habt? Weil ihr ja brave Kommentatoren seid. Wie immer bedanke ich mich gigantisch für eure wertvolle Aufmerksamkeit. Hoffe ich konnte euch mit dem langen Thema irgendwie unterhalten und vielleicht auch zum Nachdenken anregen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung mitteilt. Lasst es euch bitte gut gehen. Ich hoffe, ihr habt noch eine angenehme Restwoche. Wie immer schon ganz schön dunkel, aber trotzdem beste Grüße von der Grünen Wiese. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Manuel.